Hallo miteinander, hier spricht Tom Luke. Es ist Montag, der 6. April 2020, 10.24 Uhr. Nun, ihr könnt euch sicher schon alle denken, was als nächstes kommt. Ganz recht, unsere heutige große Ankündigung. Wie in einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Servicecenter jetzt fertiggestellt. Und das ist noch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Na, nur nicht so schüchtern. Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Luke schon gesagt hat, arbeite ich ab jetzt im Servicecenter. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes für die Wohner von Tuller geben. Melinda hat schon Erfahrung auf diesem Gebiet, also wird sie sicher eine große Hilfe sein, hm? Aber das war noch nicht alles. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht. Aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Das wird toll. Ja, ja. So, und damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache wäre da aber noch. Dies war meine letzte Durchsage. Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Ich werde mich bemühen, euch immer auf dem Laufenden zu halten und hoffe, dass ihr gern einschaltet. Ja, ja. Genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter. Wir wachsen und gedeihen. Schaut einfach im Servicecenter vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt, hm? Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Servicecenter veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Das wäre dann auch alles, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich euch natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und damit wünsche ich euch einen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing. Tatsächlich war meine Nacht gar nicht so geschäftigt, wie ich geplant hatte, denn nachdem ich mit anderen gespielt habe, war ich dann zu müde und, ähm, hab's dann gelassen mit dem Aufnehmen, weil das wär eh nichts geworden. So, Tag, mein Finn. Hast du mal ein Foto von mir gesehen, wo ich noch jung bin? Abgeranzte Lederjacke mit jeder Menge Nieten und Zeugs. Auf dem Kopf? Neon-Iro, den du sogar in Schwarz-Weiß erkennst. Ach, das waren noch in Zeiten. Deine zeitlose Dörte. Okay. Nook Inc. Nachricht vom Servicecenter. Zur Eröffnung des neuen Servicecenters gibt es neue Nook Mine Premium. Mitglieder von Nook Mine Plus können jetzt außerdem fünffach Meilen verdienen. Anbei eingeschenkt zu diesem Anlass. In die Tasche. Okay. Äh, dadadadadadadadada. Dann gucken wir mal in die Tasche. Auspacken. Ein Meilenticket, wer hat's gedacht. So, ähm. Großartig irgendwas im Haus müssen wir nicht machen. Ne, also können wir eigentlich gleich losgehen. So, auf jeden Fall werden wir heute wieder überranchen zum Abernten. Ein paar hier zimpen. Da ist schon mal Dörte. Ganz schön früh unterwegs. Könnte man ja fast deinsch werden, wenn man denn wach wäre. Hä? Dörte, irgendwas stimmt bei dir nicht. Das Inselleben mag nicht perfekt sein, aber dafür ist es knallhart. Was will man mehr, Blatsch? Da, wenn Nele, die macht ein bisschen Yoga. Wie geht's denn so, Blatschi? Mir? Absolut phantastomatisch. Äh, lass uns plaudern. Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach im Kreis und singe ganz laut. Ja, wenn man nicht wach wird, muss man ja auch erst mal aufstehen. Das ist schon, das ist schon eine Herausforderung, aufzustehen. Aber auch überlegen, ob ich nochmal schlafe. Ach, ich hörte, dass ich aufgewacht bin vorhin. Ich habe zwei Ballons. Eins. Zwei. So, dann lass mal hier. Wie durfte ich eigentlich reinmachen? Äh, gestern, äh, gesehen. Ich hab, ich hab mit denen alleine 40.000 Sternis gemacht. Was ist das denn das? Hä, wo ist Benediktin? Ah, da rennt er. Bleib mal stehen! Kerle. Geh mal weg. Bleib stehen! Hallihallo, wie geht's dir? Ich will plaudern. Will ich plaudern? Ich will plaudern, ja. Ich bin heute voll dabei. Voll am Spielen. Voll am Futtern. Und natürlich voll Putt-Putt. Okay. Auf jeden Fall kommen Nele und Benedikt jetzt was schenken. Ich hab die Spielzeugkiste noch und... Und die Sternbrille. Ich glaub, ich hol sie mal. Gehen wir mal kurz ins Haus. Ja, wir gehen gleich zum neuen Servicecenter. Nur keine Eile. So, erstmal steckt man so Geld ein. Ah, ganz wichtig. Die Rübenpreise müssen wir gleich noch nachgucken. Äh, was wollte ich machen? Ach ja, genau. Für Benedikt und Dings Sachen holen. Einmal die Spielzeugkiste. Ich hoffe, ich treffe damit ins Sporte. Und was wollte ich denn Nele schenken? Die Sonnenbrille. Äh, die Sternbrille. Vielleicht finden wir über den Tag hinweg noch was für... Ähm... Aua. Kurz. Meine Tastatur wegschieben. Wann der hab ich nämlich grad wehgetan? Was? Was? Nein, das war die falsche Taste. Ich würde mal kurz in den Nook mal gucken. Ja, hier sieht man fünffach. Wenn ich einen Top-Ankauf des Tages mache. Was wir ja wie gestern bemerkt. Was sich ja echt lohnt. So. Äh, genau. Wir reden erstmal mit Benedikt. Wenn wir ihn kriegen. Oh, irgendwie lustig. Wie oft wir uns heute über den Weg laufen. Äh, ich wollte... Nein, das wollte ich nicht. Ich will mich steuern, dass es mit allen hier ganz toll anfühlen. Deshalb stelle ich immer ganz viele Fragen. Also. Was könnte ich dich fragen? Liest du viel Wölfeln? Und wenn ja? Was? Ähm. Äh, ich lese auch gerne Comics. Aber es ist leider was anderes. Äh, Fantasy und Science-Fiction. Wartet. So nicht. Fantasy. Warte mal. Hier. Und dann brauchen wir ein Sonderzeichen. Und... Nochmal Space. Dann, ähm, muss ich zurück auf die Buchstaben. Ach, das mit dem Schreiben ist immer so anstrengend. Seil. Na, wie schreibt man Sci-Fi? Ich hab's wieder vergessen. Das ist immer so ein Wort, das ich jedes Mal falsch schreibe. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich muss das ganz gut trübeln. Nein, passt. Okay. Ähm. Wie bitte? Fantasy und Sci-Fi? Putt putt. Ja. Fantasy und Sci-Fi. Fantasy und Sci-Fi. Gut, das merke ich mir. Vielleicht lese ich irgendwann auch mal sowas. Ich hoffe, ich schlafe dabei nicht ein. Putt putt. Ja. Halt, ich wollte ihm was schenken. Was mache ich hier? Hm? Was ist los? Hier, nimm. Zeig her, zeig her. Was kriege ich? Ey, ich hoffe, ich täusche mich damit nicht. Aber er spielt so gerne. Eine Spielzeugkiste? Wölfin, danke. Ich liebe solches Zeug. Und das weißt du natürlich ganz genau. Das wird mich motivieren, endlich mein Zimmer aufzuräumen. Ui, das wird so richtig knuffig. Putt putt. Zum Dank möchte ich diesen Regenbantel geben. Putt putt. Danke. Das ist das Wettelding. Ja, ist nicht so richtig. Äh, gut. Dann haben wir noch Nele. Die war doch... Ich liebe Personen, die immer plötzlich verschwinden. Wartet mal. Da ist die Nele. Tihihi. Heute ist so ein cooler Tag, Blatty. Bitteschön. Wow, du schenkst mir was? Ja, ich hab hier so eine Sternenbrille für dich. Eine Sternenbrille? Und du bist dir auch echt voll sicher, dass ich die haben kann? Zeit zum Aufsetzen. Ich bin total nervös. Bilden trage ich sonst nie. Was, wenn ich was falsch mache? Was, wenn ich was falsch mache? Oh, die sieht cool aus. Wie umwerfend sehe ich aus? Genau mein Dingwerfen. Danke, danke, danke. Haha. Oh, das ist ein normaler Ballon. Den würde ich haben. Denn da ist ein Geschenk drinnen. Danke. So, Geschenk öffnen. Barschwandmuck. Den werde ich wahrscheinlich verkaufen, äh, tragen. Das ist dieser typische gelbe Regenmantel, den jeder schon mal kennt. Okay, wir haben Dörte, uns fehlt noch Leonhard und Camelia. Nein, nicht Camelia. Wie hieß die denn nochmal? Warum kann ich mir den Namen nicht merken? Oh, Mann. Äh. Oh, Leonhard ist beschäftigt. Hey, Wölfin. Perfektes Timing, Krüll. Sieh mal. Was ist das? Ich habe ein Holzschild angefertigt. Eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen. So bei Kilometer 33, meine erste Runde. Du siehst, wo zu langsteigen Laufgutzeichen die Birne joggt mit. Merk dir das. Zur Handtel. Weißt du etwa schon, wie ein Holzschild angefertigt wird, Krüll? Äh, na klar. Aha. Spüre ich da Rivalität oder was? Ein bisschen Konkurrenz ist bei mir immer gern gesehen, Krüll. Ein Holzschild herzustellen ist also deine leichteste Übung, hm? Aber vielleicht kennst du ja jemanden, der noch nachfühlt braucht. Dann gib mir dem, dann gib dem doch meine Notizen. Oh, und bitte leg es über die Schweißtropfen hinweg. Die sind nicht Teil der Anleitung. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt bekommen? Düm, 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 düm. Hallo? Ah, hier. Wahre Freunde. Luke Inc. freut sich über jede zarte Freundschaft, die zwischen dem Wohl an seiner Insel erblüht. Gute Beziehungen untereinander sind die Grundlage für eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Ah, cool. Freundlicher Homie. Äh, so. Dann gehen wir jetzt zu... Cornelia. Sag ich noch. Wieso ich mir deren Namen nicht merken kann. Das ist eine gute Frage. Hallo Cornelia. Äh, bleib doch stehen. Danke fürs Vorbeischauen, Zuba. Lass uns plaudern. Was hältst du denn von meinem Vichy-Kleid? Ich bin ganz begeistert davon. Oh, da bekomme ich direkt Lust in die Küche zu rechnen und luftig lockere Schaumküchlein zu backen. Ich finde das Kleid voll schön. Und ich finde Cornelia immer noch süß. Cornelia. Ding. Äh, okay. Dann gehen wir kurz zu... Äh, Nepp und Schlepp. Auf dem Weg. Äh, die wohnen hier. Okay, wohnen ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ah, ihr beiden. Hallo. Hallo. Willkommen in den Nux-Laden. Ausgerechnet. Ist das ein Schlafsack? Das ist ein Futur-Schlafsack. Genau. Der Preis beträgt 1600 Sterne. Nichts nahe Interesse. Nein. Ich werde es doch eben wieder verkaufen. Lieber nicht. Was mir gestern Nacht passiert ist. Oder gestern Abend. Oder gestern überhaupt. Ich habe das Näh-Set wieder verkauft. Aber es ist nicht so schlimm. Denn, ähm... Wir können das Näh-Set ja... ...aus dem Katalog wieder kaufen. Ist halt nur ungünstig gelaufen. So, gucken wir mal, was für Blumen sie heute haben. Ups, das war falsch. Nicht die, die wir brauchen. Was haben wir denn hier so? Bastelanleitungen. Alles, was wir schon haben. Und der Regenschirm. Äh, und dann haben wir hier... Ein bisschen... Warte, die, die... Kiefernboden. Das Tafelpaket sieht cool aus. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, ähm... So, dann spreche ich mal mit dir. Mit Nepp. Können wir dir hilflich sein? Wie, was darf es sein? Ich will erst mal gucken. Heute der Top-Ankauf. Top-Ankauf des Tages ist... äh... Funktionale Gartentisch. Wir zahlen den doppelten Preis für die Top-Ankäufe. Also bringen sie uns vorbei. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Irgendwas? Rübenpreise. Der aktuelle Rübenkurs beträgt 94 Sternis pro Rübe. Ja, ja. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Irgendwas? Äh... Nichts. Okay. Ich verstehe. Verstanden. Wenn es so ist... Wenn es sonst noch etwas gibt, sag einfach Bescheid. Jederzeit. Okay. 94 Sternis pro Rübe. Vielen Dank. Dankeschön. Äh... Ist zu wenig. Denn... Wir haben 96 Sternis für die Rüben gezahlt. Na, wir können ja heute Nachmittag nochmal gucken. Okay. Wir gucken nochmal ins Schwarze Britte, ob es da irgendwas Neues gibt. Aber nein. Das war es schon. So. Und jetzt gehen wir... Mit der Brille echt cool aus. Äh, gehen wir mal hier rein. Ah, Würfen. Hallo, hallo. Herzlich Willkommen in unserem heimeligen Service-Zelt. Ach, ich sag ja immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude. Und alles nur dank dir. Also, ich hatte es ja bereits in meiner Durchsage erwähnt. Aber... Wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also... Also hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in ihre fähigen Hände nimmt. Dann bist du als Wölfling, ja? Ja? Ja. Heute ist mein allererster Tag hier. Da werde ich sicher noch viel über meine neue Arbeit lernen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das verspreche ich. Schön gesagt, Melinda. Und ich werde uns die Arbeiten aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Melinda ist dabei für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Setz dich einfach an den richtigen Schalter. Da kommen wir gedüst wie ein ganz flotter Do-Jet. Ach, und dank unserem tollen neuen System bieten wir nun auch niegelnagel neue Leistungen an. Dann hätte ich da nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht. Nimm doch mal an meinen Schalterplatz, wenn du ein Momentchen Zeit hast. Für mich Zeit hast. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz zu leider da. Komm vorbei, wann du magst. Okay, wir gucken erstmal in die Kiste. Ein Karton schon wieder. Immer diese Kartons. Und dann gehen wir direkt hier hin. Wir kommen beim Nookportal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Hinweis zu Nooks Mime-Programm. Wir entschuldigen uns dafür, dass das Nookportal wegen der Umbaus gestern nicht verfügbar war. Als Wiedergutmachung erhält jeder Kunde, der heute das Nookportal nutzt, 500 Mime. Außerdem wird der Tagesbonus ab morgen so berechnet, als hätten sie das Nookportal 7 Plus Tage genutzt. Wir hoffen, dass sie auch weiterhin das Nookportal und Nooks Mime-Programm nutzen werden. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Erstmal Bankautomat. Nein, eigentlich hätten wir erstmal Nook Shopping machen können. Wir machen erstmal Nook Shopping. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Ganz klar. Nook Shopping. Bevor ich das Geld jetzt einzahle und dann doch brauche. Also wie gesagt, das Näh-Set, was ich ja versehentlich verkauft habe. Ich habe mir echt an die Stirn gefasst, als ich das gesehen habe. Das tat echt weh mit anzusehen. Können wir hier nochmal kaufen, wenn wir es brauchen. Sobald wir es brauchen. So, wir haben einen Kofferblattenspieler. Und einen Nintendo Switch. Äh, Outdoor-Hut. Sportballer. Konnichiwa-Shirt. Nummer 4-Shirt. Jeans-Rock. Regenstiefel. KK Flamengo. Nehmen wir mal mit. Wir dürfen nur nicht aus den Augen verlieren, was wir alle schon haben. So. Äh, folgenden Services. Nook Meilen. Da haben wir schon mal 19.000. Sternikopon. Was sind Details? Ist X. Ein Koupon über 3.000 Sternis, den Sie im Laden verkaufen können. Sofort verfügbar. Okay. Okay, was haben wir denn hier so? So Taschentricks für Profis. Nehmen wir mal mit. Möchten Sie 8.000 Meilen für Taschentricks für Profis einlösen? Ja, einlösen. Taschentricks für Profis wird gedruckt. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Danke, ich sehe das. Und jetzt lese ich das durch. Hm. Ach so ist das. Alles klar. Ich habe die tiefsten Weisheiten der Parkkunst gelernt. Jetzt bekomme ich massig Zeug in meine Tasche. Oh, eine vierte Reihe. Oh nein, eine vierte Reihe. Das heißt noch mehr Arbeit für mich. Bidawähne sehen Sie einen der folgenden Services aus. Äh, Nookmine einlösen. Obwohl, so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Jetzt kann ich auch noch jede Menge Zeug kaufen. Oh, der Hellenroboter. Kann man Details angucken? Schade. Grundwasserbrunnen. Weltwegweiser. Wellenbrecher. Was ist ein Wellenbrecher? Trinkbrunnen. Kanaldeckel. Gedenkstein. Äh, das hatten wir doch schon, die beiden Sachen. Okay. Wir können jede Menge neue Anleitungen kaufen. So, was haben wir hier? Items. Bademeisterstuhl. Baustellenschild. Leistungsmast. Straßenlampe. Ah, Straßenlampe. Abenteuerabend. 1000 Brotdings. Toilettenhäuschen. Aussichtsvermachung. Federwippe. Getränkeautomat. Sitzgelegenheit. Verkauf. Was will der mir hier antreten? Spielzeuggerüst. Zuckerwattestand. Fußballtor. Solidärschüsse. Solaranlage. Winterrad. Drehkaffietassen. Ach so, cool. Leuchtturm. Monsterfigur. Schwimmbecken. Und dann der übliche Alltag. Ja, das, was es eh immer gibt. So, okay. Also es gibt jetzt auf jeden Fall auch sowas hier. Aber die Bereise sind halt entsprechend teuer. Äh, Freiluftbad. Das sieht echt cool aus. Also es gibt jetzt Sternis. Oh, cool. Äh, warte mal. B, wo ist ein B? Da. So, jetzt gehen wir noch kurz ins Konto. Äh, Bugautomat nämlich. Dann machen wir mal kurz Einzahlung, denn mein Inventar ist ein bisschen überfüllt dadurch. Machen wir erst mal kurz alles aufs Konto und dann heben wir ein bisschen was ab. So, Auszahlung. Machen wir jetzt mal, ähm. Machen wir, klasse toll. Bitterwenden Sie einen der folgenden Service aus. Äh, nein, danke. Wir haben schon alles angeguckt heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, dann sprechen wir erst mit Tom Luke. Irgendwie. So. So, so, ja, ja. Dies ist der Bauberatungsschalter. Ehe ich hier losberate, lass ich mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich dir hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Bitte, alles was unsere Schönes inzwischen noch fescher, flötter und praktischer macht. Jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen bauen, sowie gebautes Versetzen. Als Urlaubsvergnügung steigende Zusatzlösung berechnen wir natürlich gewisse Gebühren. Wo du nun Bilder bist, sag doch mal, was kann ich dir denn so Gutes tun? Ähm, okay, ich brauche deinen Rat. Hoppla, dann mal frisch ans Werk. Die Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist, ja übrigens, was soll ich tun, weißt du? Guter Rat ist bei mir nämlich nicht teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingepreist. Also, wir kommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Äh, warte mal, warte mal, stopp mal kurz. Äh. Wo fangen wir an? Lass uns doch erstmal die Einweihung feiern, oder? Oder was soll ich tun? Lass uns die Einweihung erstmal feiern. Ah, du willst mitfeiern, Wölfen? Wir wollen unser neues Servicecenter feiern. Jetzt stand es gemäß in Stein und Mörtel. Hast du Lust? Hab ich. Klasse. Lass uns anfangen. Also dann. Das Servicecenter wurde nun fertig gehalten und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Tulla entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich muss gestehen, ich dachte zeitweilig, unser kleines Servicecenter würde stets bloß ein Zelt bleiben. Doch nun seht euch an, was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller Einwohner daraus geworden ist. Erneut möchte ich allen danken, die uns bei diesem Unterfangen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang würde ich auch meinen kompetenten Partnerinnen vorstellen, die mir fortan helfen wird. Melinda, möchtest du auch ein paar Worte an die Bewohner richten? Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Wie ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ich bin erst vor kurzem auf Tulla angekommen und habe sicher noch einiges zu lernen. Aber ich verspreche, ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Kommt zu mir, wenn ihr etwas braucht. Danke. Vielen Dank, Melinda. Es folgen ein paar Worte von jemandem, der das neue Servicecenter überhaupt erst ermöglicht hat. Ganz recht. Unsere Insel-Sprecherin Gölfin hat das Wort. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Wölfin? Äh, wir sind spitze. Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Wölfin. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andecken gern noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, Screenshot-Taste zu drücken. Ja, in diesem Sinne. Das Servicecenter sowie Tulla verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! So. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt euch Acht auf dem Heimweg. So, dann haben wir jetzt ein neues Servicecenter. Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein. Ach, der wäre so eiskalt rausgeworfen worden. Nein, wurden wir nicht. Das ist ja immer so. Wir kommen ja immer da raus nach so einer Einweihungsfeier. Malinda. Malinda. Okay. Äh, ich hab ein Problem mit dem Stuhl hier. Ah, Wölfin. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Äh. Fangen wir mal mit, was soll ich tun, an. Nanu, du bist ja voller Tatendrang. Also, folgenderweise könntest du dich in die Sache einbringen. Unser Servicecenter ist ja jetzt in einem herrlichen Gebäude situiert. Und den Platz kennst du ja ebenfalls. Letztere wäre wirklich der perfekte Ort für größere Veranstaltungen. Wie ich zumindest. Zumindest nicht mal feinde. Eigentlich kaum zu glauben, wie aus einem unbewohnten Eiland ein solch schöner, belebter Ort geworden ist. Und genau diesen Umstand will ich gebührend feiern. Weißt du? Ich habe Großes vor. Glaub's mir. Gigantisch, gewaltig, großes. Hm. Äh, erzähl mir mehr. Oha, oho. Habe ich da etwa dein Interesse gewinnt? Dann Ohren auf. Die Sache ist so einfach wie pikant. K.K. den Musiker. Um den geht's. Den Schleif. Äh, laden wir zu uns nach Tüla ein. Scheiße. Und da gibt er ein Konzert. Und, äh, Wölfin, du weißt doch sicher, wer K.K. ist, oder? Aber natürlich. Dein Geschmack spricht für dich, Wölfin. Wenn bei uns mal Karaoke ist, gibt's für mich beim K.K. Klagelied ja auch kein Halten mehr. Huch, verzeih, den Ausbruch an Begeisterung. Ich bin eben ein großer Bewunderer von ihm. Jedenfalls wäre es spektakulär Publicity für Tüla, wenn K.K. hier einen Auftritt hätte. Nicht, dass unsere Insel nicht jetzt schon ein Juwel der Lebensqualität wäre, aber... Nun ja, ein K.K. Konzert wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Reiskaffee der kulturellen Relevanz. Und da wollte ich mal bei dir Fragen würfeln, ob du mir bei der Sache nicht beistehen könntest. Falls du mehr erfahren willst, frag mich einfach, was soll ich tun? Ja? Dann erzähle ich dir alles. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Äh, was soll ich tun? Immer noch. Oha, gehe ich recht in der Annahme, dass du eingeweiht werden willst? In meinen großen Plan? Wie wir K.K. hierher locken können, um ein Konzert zu geben? Projekt K, wie ich es nenne. Mein brillantes Vorhaben ist in drei Schritten aufgeteilt. Schritt 1. Mehr Besucher. Je bekannter unsere Insel ist, desto effizienter unsere Strategie. Schritt 2. Mehr Bewohner. Fast dasselbe. Bloß müssen sich die Leute auch bei uns einlisten. Diese beiden Schritte sollten uns Tula... Sollten aus Tula einen Ort von kultureller Bedeutung machen. Was dann? Schritt 3 zur Folge hat. K.K. hört von Tula, ist angetan und tritt hier auf. Und da wir zuallererst mehr Besucher brauchen, sollten wir auf... Sollten wir auf unserer Insel einen Campingplatz einrichten. Dann können die Leute ungezwungen urlauben, sich einen Eindruck von unserer schönen Insel verschaffen und auf diese Art viral für eine Image-Steigerung der Marke Utola sorgen. Wärst du so freundlich und würdest kurz dein Nook-Phone aus der Tasche nehmen, Wölfin? Und erledigt. Jetzt hast du eine Anleitung für ein tolles Campingplatz-Bau-Kit. Sei doch so gut und markiere mit diesem Kit einen Ort für den Campingplatz. Ja? Viel Vergnügen. Okay. Ähm, was gab es jetzt noch? Infrastruktur gab es noch bei dir. Warte mal kurz, wenn du noch mal hinsetzen. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Okay. Infrastruktur. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Okay. Was ist, wenn ich... Okay, warte mal. Mal Brücken und Aufhänge. Nanu, mehr Infos gefällt, zu Brücken und Aufhängen? Da helfe ich doch gerne. Und wundervolles Timing. Wieso? Na, dank unserem fashion-neuen Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere Wertekundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge, juhu! So ein Bauprojektchen geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, um Projekte zu helfen. Und deshalb kann man solche Sachen durchaus konkret planen, ohne gleich Sternimillionär zu sein. Wo gemerkt, es kann sich stets nur je eine Brücke sowie ein Aufgang aktuellen Planung befinden. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Gut, dann sag doch mal, worüber wolltest du denn mit mir plaudern? Äh... Eigentlich war ja eine neue Brücke gut. Oho, eine neue Brücke. Schreibt dir also vor wie? Sehr schön. Ja, wären wir schon nasse Pfoten? Dann wirf doch mal einen Blick in unseren Katalog und such dir ein schönes Modell aus. Baumsternbrücke? Hängelbrücke? Diese Preise... Puh, die Preise hauen rein. Umherrlich zu sein. Aber am schönsten finde ich eigentlich die Holzbrücke. Eine Holzbrücke? Das wäre dein Wunschmodell, ja, ganz sicher. Äh, und ab. Vortrefflich! Dann bräuchten wir nur noch den geil geeigneten Brückenbaublatz. Dann... Das macht am besten... Das... Das machst am besten du selbst. Und zwar mit einem praktischen Brückenplanungskit von mir. Ich habe es bereits in deine Tasche geteilt. Toll, oder? Markiere doch damit die gewünschte Stelle. Benutze mein Kit an deinem Fluss, dann kannst du dir deine neue Brücke bildlich vorstellen. 198.000. Alles klar. Sag doch mal was. Wo haben wir das Brückenbau-Kit-Set? Ah, hier. Boah. Tolles Vergnügen. Äh, wir haben aber auf jeden Fall, ähm, noch das Campingbau-Kit-Set. Das können wir mal gucken, wie das gebaut wird. Holz, Weichholz, Hartholz und Eisenerz. Okay, das sollte ja kein Problem sein. So, ähm... Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? War schon betont. Ähm... Wollt mir sonst... Ah, genau, ich wollte mal gucken, was so verschiebungsmäßig... Wir kommen bei der Ba... 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 Baubberatung. Was war denn das jetzt? Äh... Lasst uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Äh... Position ändern. Oho, ein kleines Blausch über die strukturellen Gestaltung unserer Insel. Wie? Aber immer. Aber gerne. Zumal du als unsere Insel Sprecherin ja sowieso genau die richtige in Sachen Planung und Co. bist. Falls du also mal denkst, hey, also das Gebäude hier würde sich dort links hinten viel besser machen, dann nicht verzagen, Look befragen. Für Umgestaltungswünsche bin ich nämlich der Waschbär vom Fach. So ein Bauwerk verschiebt man natürlich nicht mit einer Pfote, also kostet die Sache auch ein wenig. Aber wer wird schon jedes Sterne umdrehen, wenn es um den idealen Look für das eigene Insel hingeht? Falls du deine eigene Behausung umverlegen willst, dann sprich mich auf die Eigenheimberatung an. Dann sag doch mal, hättest du denn Umverlegungspläne für irgendeines unserer schönen Bauwerke? So viel lesen habe ich. Oha, und was genau hattest du da im Sinn? Ah, jetzt kann ich ja aussuchen, was ich verschieben will. Wenn wir im Wohnhaus... Aha, wessen Haus soll denn an einen neuen Standort verlegt werden? Wenn wir jetzt mal, ähm... Wer wohnt da oben? Benedikt. Das Haus von Benedikt? Alles gleich hin. Die Unkosten für die ganze Sache betragen... Äh, ich denke darüber nach. Verstehe. Aber im Fall der Fälle sprich mich einfach an und verrate mir dein Umbauprojekt, ja? So, hättest du denn sonst noch irgendeinen Wunsch? Eigenheimberatung. Sollen wir über dein Haus reden? Hm, worum genau geht es denn? Äh, ich will umziehen. Umziehen. Ah, möchtest du umziehen? Wenn du einen neuen Ort gefunden hast, sorge ich dafür, dass bis zum nächsten Morgen alles fertig ist. Im Komplettpaket für 30.000 Sternen. Sollen wir anfangen? Bereits im Umzug. Wir haben nicht genügend Sternen im Mittag. Wunderbar. Äh, Welfin, die Umzugsgebühr muss ich leider sofort kassieren. Und im Moment scheinst du sie nicht zahlen zu können. Aber dann warten wir einfach, bis du es kannst. Okay, äh... Ja, wir suchen uns erst einen neuen Ort raus, bevor ich mein Haus umziehe, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Okay, jetzt lernen wir noch mir Rainer kennen. Die sich wunderbar um die Tulpen kümmert. Willkommen, Wölfin. Falls du nichts mehr weißt... Falls du es... Alter, ich kann nicht mehr lesen. Falls du es nicht mehr weißt, ich heiße Melinda. Ich werde dir hier auf Tuller mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich. Hier an diesem Schalter helfe ich dir bei allen gemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf, ja? Kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendwas auf dem Herzen? Äh... Und ab. Ach, ich bin ja so aufgeregt. Mein allererster Auftrag. Tihihi. Äh, Schluck. Oh je, das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann. Wie kann ich dir heute helfen? Inselflacke, Inselmelodie. Bewohnersache. Wie weißt man das aus? Du hast die aktuelle Inselmelodie von Tuller garantiert schon mal gehört. Sie ertönt immer zu bestimmten Zeiten und dient uns Inselbewohnern praktischer als Ur-Ersatz. Die aktuelle Melodie ist ein echter Klassiker, aber natürlich sind wir hier neuem gegenüber aufgeschlossen. Ach, du kannst eine neue Melodie komponieren und dafür braucht es nicht mal ein Musikstudium. Falls du es also mal probieren möchtest, sag einfach Bescheid. Okay, warte mal, Wiedergabe. Wiedergabe. Cool. Und das kann ich jetzt ändern? Hast du es dir anders überlegt? Kein Problem, falls ich dir sonst helfen kann. Gib Bescheid. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Äh, ich hab das irgendwie jetzt nicht so ganz verstanden mit dieser Inselmelodie. Du möchtest also direkt mit dem Problem in eine neue Melodie für Tuller loslegen? Wunderbar. Ich dachte mir schon, dass in dir ein kleines Musikschin nicht steckt. Dann lass uns doch mal, dann lass doch mal hören. Hä, wie kann ich das ändern? Ah! Was hab ich für das denn gedrückt gerade? Ah. Ah, Pfeil hoch und Pfeil runter. Okay, es gibt eine Tonleiter, wenn ich das nicht verstanden hab. Äh, nicht ganz. Okay, da muss ich mich mal mehr beschäftigen. Und ja, da ich selbst ein bisschen Ahnung von Musik habe, lass mich dir deine Melodie kurz vorspielen. Finde ich gut. Wie ins Film, deine neue Inselmelodie macht mich richtig froh, ein Teil von Tuller zu sein. Von nun an wird dieses Meisterwerk auf der ganzen Insel zu hören sein. Ich hoffe, du freust dich darüber. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Äh, Inselflagge, das ist auch noch was Neues. Du möchtest die Flagge am Service Center ändern und die am Flughafen gleich auch? Prima! Unsere Flagge ist das Aushängeschild von Tuller und repräsentiert sämtliche Bewohner. Deshalb flattert sie so stolz vor dem Service Center und winkt auch allen Reisenden am Flughafen zu. Zugegeben, das aktuelle Design ist vielleicht etwas antiquitiert. Hättest du einen Verbesserungsvorschlag? Na sowas, Wölfeln, das ist perfekt! In jeder Hinsicht! Es ist dir tatsächlich geglückt, die Essenz von Tuller auf einem Stückchen Stoff zu bannen. Ab sofort wird diese neue Flagge unsere Insel schmücken. Dank für dieses wunderschöne Design. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Und was ist diese Bewohnersache? Was genau hast du auf dem Herzen, Wölfeln? Macht dir einer der Bewohner das Leben schwer? Ich finde ja, dass sich mittels Kommunikation jeder noch so kliniflige Konflikte lösen lässt. Aber wenn du bereits das Gespräch gesucht hast, bleibt mir nichts anderes übrig, als einzuschreiten. Wer auf unserer Insel über Übel daherredet oder sich unangemessen kleidet, bekommt eine Verwarnung. Schließlich sollen sich alle hier bei uns wohlfühlen, also sag, wie kann ich dir weiterhelfen. Ah, okay. Puh, nochmal Glück gehabt. Kopflecke bereiten mir Bauchschmerzen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Alles Paletti. Also schön. Falls es sonst noch etwas gibt, das ich in Zukunft für dich tun kann, lass es mich wissen. Okay. Puh. Erstmal fertig mit Lesen. So. Äh, was haben wir denn jetzt noch hier so bekommen? Bekommen. Wo haben wir es denn da? Kreativ gesucht. Das Servicecenter freut sich jederzeit über Vorschläge zur Gestaltung der Flagge und der Melodie, die unsere Insel repräsentiert. Gute Ideen werden mit Meilen benutzt. Äh, Nook Meilen. Genau. Und gleich nochmal. Achso, die Melodie. Summen der Musiker. Summen der Musikerin. So, äh. Das war's. Okay, das heißt, wir können eine eigene Melodie erstellen. Und die eigene Flagge gestalten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.